Was ist in Holland? Dass ich mich die Leute gebetet habe und das ist noch gesunder Papier und Nose, wo sie umgerannt. So, jetzt werden wir in Südringen überqueren, Kinder. Also passt gut auf, weil das ist auch eine gefährliche Gegend. Haufen weiße Autos, Haufen weiße Autos. Wo macht sie auch passen? Es ist immer zuerst auf die Vorrichtung schauen, wie da viele Autos kommen. So, jetzt die letzten paar Zentimeter. Wir haben es geschafft, wir leben noch. So geht man richtig über den See trinken, Kinder.